hallo und herzlich willkommen zu mario kart 8 und zwar starte ich mal jetzt ein turnier von meinen hat es noch geschlossen da warten wir noch ein bisschen bis es dann geöffnet ist ist ja nämlich so kurz vor 18 uhr und was ich euch dann sagen kann ich habe noch mal etwas geändert dass ich noch mein erstes turnier ist da euch auch europa bekannt ist habe ich doch das nichts wechsel noch geändert ich habe bei twitter eine umfrage gemacht ob ich die dcs noch dran lassen soll oder nicht wie ich mich gewundert habe weil die überzahl okay ich bin so klein es waren nur sieben stimmen und vier waren dafür dass ich auch die dcs auch drinnen lassen soll anstatt sie rauszunehmen und ich bin eigentlich auch so dafür dass die dcs auch dazu gehören weil das geht ja dazu so dann habe ich gesehen dass es jetzt geöffnet haben jetzt werde ich starten bitte warten und zwar fahre ich wieder mit meinem main und die geschwindigkeit ist ja wirklich hoch also da könnt ihr mir nicht sagen dass ich etwas leichter bin oh schaut beim warten zu und macht dich bereit starten schon die ersten da bin ich ja gespannt darauf auf wen wir zuerst warten werden ich bin schon da drin joshi und oh einer aus meinem clan es hat hier chrissy die haben beide also mein port bekommen dass sie wahrscheinlich über mein youtube können weil ich vielleicht auch wenn ich das beim skype über den sr t-chatten nicht gemacht habe ist ein erster näher ich muss wirklich erstmal die breitmaß erstmal gewinnen dass ich da wirklich überall mache dann startet mir jetzt wahrscheinlich das ist der könnte schon nächsten punkten schon holen das habe ich da eigentlich so gedacht eigentlich warum ich da jetzt überhaupt dieses marka dacht tun hier machen möchte weil ich möchte marka dacht dass es ein bisschen präsent ist und möglichkeit es gibt dass ich da monatlich mit euch somit verspielen kannst und das turnier dazu pack ich da einen kleinen anreiz das ist so auf jeden fall was ich so haben möchte auf jeden fall dass ich einfach mal mit euch spiele das erste einstellung habe ich so gewollt weil das ist ich möchte auf jeden fall ein 200 ccm auf jeden fall wenn ich da auch wieder mehr ins leben bringen weil das ist ja so wenig ob was ich auch noch sagen kann ist warum ich überhaupt nur bikes genommen habe weil ich habe keine lust dass jetzt dass der feier aber jetzt ihren spaß dabei auch haben dass sie noch schnell sind und ich glaube nicht dass bei bikes sehr viel feier habe gibt bzw eher weniger als möglichkeit weil es gibt ja sehr viele das heißt für den standard bei kann man standard card kann man sogar feier hoppen aber bei bikes gibt es ja nur ein paar oder was nein ich weiß ja gar nicht dafür weißt dass die meisten feier hopper eher bikes mehr karts sind deswegen habe ich die erste regel auf bikes gestellt das heißt deswegen ist euch darauf gefasst machen dass ihr nur bikes nehmt oh der ist schon schon unterwegs wo ist das nächste für den spiel wow ist auch oben den deckel geknallt so ihr zwei hattet ihr einen spaß jetzt komme ich mit viel glück auf jeden fall und das war auf jeden fall ein schönes spiel von euch einer als erster einer als total wahrscheinlich wird das eher noch so klein sein ich weiß ja auch nicht wie viel es mitspielen werden oder mitspielen diesen joshi kenne ich nicht falls doch oder falls ich dich irgendwie begegnet haben soll weiß ich es nicht einfach aber ich glaube nicht dass ich auf der feld habe das glaube ich nicht so mal schauen ob ich den christianer von punkte einholen kann keine schöne zeit hatte ich ja die ersten vier minuten vorbei 804 und schon geht's los danach statt ich bin ich mache er in einem halbe stück auf dem reiches als bei die meisten hätten ja sagen er macht doch treibt weil ich habe das gefühl die meist machen eher falls eine stunde aufnahme ist und sie eher drei parts daraus weil ich sag nie zwei parts müssen reichen yo also ob chrissy yo diese furios items sind wirklich furios ich hab ja das habe ich auch noch gestellt damit die items wirklich unterhaltsam sind wow muss mir aufpassen dass ich nicht selbst so richtig bin wow selbst die bots sind hier so richtig gut habe ich auch schwergestellt wow die grissel ist nicht locker hm fällt mir bei quinship heißt also und ich sehe auch die schläge auch nicht schlecht So, ein bisschen mehr Abscheid von euch gewinnen. Oh, noch ein Pilz. Cool, ich kann die auch noch benutzen. Hebe ich auf. Oder? Nee, komm. Stunte! Nice. Alter, diese Furios-Items sind ja wirklich... Nein! Leute, jetzt beplatziert es sich gerade auf der Mitte, den Staffi. Ich glaube, der wird mich nicht erreichen. So, und das hätten wir auch geschafft. Oh, schafft er jetzt der Yoshi noch, ihn zu beholen? Nee. Das war's schon. Hat den ersten Ramp mit mir. Ich überhole euch schon. Zeit habe ich ja noch genug. 18.06 Uhr. Brauche ich die Zeit erwähne, damit ich auch weiß, wie viele Minuten für mich verbleiben. Und... Was noch? Ach ja, und... Warum das jetzt... Was wollte ich jetzt sagen? Bah! Ach ja, und wann ich den Part so... Für die erste Part schon fertig habe. Aber ich brauche ja zwei Parts daraus. Gut, so, und... Big Blue. Passt ja für 200, oder? Ich hoffe, es kommt noch mal irgendwann meine Chip. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann die Auswahl kommt von Cuba City. Cuba City bei 200. Das wird zerstörerisch, witzig. Ich werde die Botswenden ja auch sehr gut schlagen. Mag ich nicht nur, wie die anderen Spieler bei 2000, die so schreckt geschlagen werden. Passt erst. Kasse, drehen wir uns auf. Die schön schönen. Großen blauen. Yo. Das geht ja schon ab. Yo. Nichts weit nach außen. Verdammt. Ich hab mich so weit nach außen blicken lassen. Yo. Wow. Noch weiterbekommen. Pull mal ran. Nach hinten. Nach mir, ich hab da so viel... So viel gibt Bremse dabei mit den Füften. Ich dachte... Bremsen. Wow. Die zwei Börner haben wir ja echt knapp. Einen Stern auf den dritten. Nice. Natürlich kann ich keinen Start machen. So. Und einmal so abflüssen. Ha. Das seid ihr ja schon. Und kaputt hat den Staffi. Lol. Gefällt gerade auf, dass auch ein Computer erster ist. Nein. Was wird getroffen? Komm schon in guter Zeitung noch. Yes. Goldpilz. Auf dieser Strecke. Das ist auch nice. Da kann ich zum Schluss... Das hebe ich jetzt auf. Das hebe ich jetzt auf. Halt. Das kannst du jetzt nicht so viel aufholen. Das sind schon die beiden. Wah. Yo. Was geht denn hier ab? Egal. Ich werde zum Schluss... ...wisch abkürzen. Da werde ich schon... ...wieder dabei sein. Ich muss nur aufpassen. Nicht, dass ich jetzt unendlich getroffen werde. Komm schon. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mist. Noch der Teil. Wah. Ich dachte, den Gold ist wirklich viel besser einsetzen. Ich sehe schon ein Favorit. Wer den Quatsch bekommt. Ich finde schon schade, dass ich es für wenige traue. Aber hey. Dann ist die Gewinn schon zu euch ja höher. Ich bin gespannt darauf. Ich bin gespannt darauf. Herz hat dauer. Ich muss irgendwie schauen, wie ich das jetzt bei dem nächsten... ...Malfall-Turnier ein bisschen präsenter spielen kann. Damit da... ...wirklich auch mehrere da sehen... ...werden. Ja, Chrissys. Nein, nicht direkt im Ampon. Das ist ja auch ein echtes. Geht ab bei 200. Du magst jetzt auch gehen zu einem anderen Super. Und das weiß ich auch noch. Komm schon. Ich werde dich einholen. Maximum ein bisschen habe ich schon. Du bist ja nicht mehr so weit weg. Okay, ein Item-Spawn-Unterschied. Das ist schon ein einiges an Frosch-Boom. Ja! Überholt. Meine Porro. Der ist wohl runtergefallen. Yo, diese Porro hier von Items. Als ich auf jeden Fall mal fragen werde, ist... ...soll das Turnier... ...die Zugriften ja auch mit DLCs sein, oder nicht? Das werde ich... ...bei YouTube... ...video mit einem Twitter-Projekt verlinken. Oh, cool. Und die ist trotzdem gerundet. Nice. Yo. Alter, das ist nicht so... Nein, wieso komm mal... Ich sag bloß nicht, dass war der Chriss mit denen passt. Stachy. Ah, so kurz zum Ziel. Ich bin aber immer noch vor ihm. So, Yoshi. Wir warten noch auf dich. Alter, das geht ja voll ab. ...verliesen hinteren Plätzen. Oh, Yoshi wird wahrscheinlich der fünfte. Jo, aber noch knapp fünfte. Ich werde die Schneide holen. Ich werde auch gespannt sein, wie viele teilgenommen haben auch. Marios Metro. Wow, mir fällt auf Gott auf, dass hauptsächlich irgendwie die DRCs aufgenommen werden. ...statt die originalen Strecken. Und dieser Wario ist auch schon ganz in Rett. Ach ja. Wenn ich die Post nicht angelassen hätte, wäre die Punkte auch möglichst so hoch gewesen. Aber wenn das nur Spieler gewesen wäre. Ja. Was? Wie hat er das? Das ist das? Was? Diese Weile gehen auch hoch? Okay. Das ist wirklich nicht groß. Damit der nie aus einem Mal gehört. Acht. Und das war eine... Löhne. Ein... Kein Achtung. Jetzt habe ich das verachtet. Komm schon. Ich werde wahrscheinlich die anderen Turniere mit unterschiedlichen Erinnerungen stellen. Das heißt, vielleicht würde ich auch mal... ...auch nur bestimmte mit Items machen. Was auch der Fall ist. Ich würde Sand machen, nicht ein Items. Nicht in den Steuerkopf zu holen. Wie es auf mich selbst so geht. Falk nicht. Wird so? Alter. Aber auf jeden Fall bleibt der Gewinnfreis. Vielleicht. Außer ich habe einen besseren Aschers Code. Anträgen kann. Yo. Komm her. Ich habe nicht um mich an Rumput. Wow. Bei dieser Schleppier kann es der Wettgehn weiter hinweg. Man darf die Bahn nicht unterschätzen hier. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine, oder? Ah, doch ist weg. Halt doch, dass sie. Und das ist eine krasse Geschwindigkeit, wie wir fahren. Nein. Als ob dieser eine Mario Bot wirklich noch einen Stern hatte. Und er hat noch drei Apples. Und jetzt auch die Abkürzung perfekt. Also bitte. Dieser Bot nicht schwierig, ist ja so intelligent. Und du, Yoshi, schlägst dich auch nicht schlecht. So, so. Weiter geht's. Big Blue. Ne, das haben wir schon. Oh, komm komm. Mein Polarkreis. Ihr und euren Zufall, oder? Ihr habt das mit dem Zufall. Okay, wenn diese Strecke auch an der Ende aus der Schleppier wäre, hätte ich das auch genommen. Baby Park. Hätte ich dann noch die andere genommen? Yay, meine Strecke. Park ist, glaube ich, auch die Abkürzung. Ich muss, glaube ich, da muss ich bei manchen Dienstern verzichten. Ansonsten müsste es ja klappen. Wenn Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz, kommt noch ein anderes deutsches Bundesland hier noch dazu. Vielleicht Berlin, würde ich jetzt mit vollsteigen. Oder auch Baden-Württemberg. Hehehe. Los geht's. Gön. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr Abstand gewinnen. Wow. Das ist einfach ja auch optimal. Boah. Alter, es kann doch nicht sein, dass die Bots sogar so richtig OP sind. Ich bin hier fast selbst auf Goffmode. Nein! Was habe ich gemacht? Hahaha. Da habe ich wohl saufspät getriftet. Wow, sogar ein Münzensborn-Vorsprung. Das ist ein bisschen krass. Na, da traue ich mir schlecht hinzu. Ja, Mario. Verdammt. Kommt, ist mir auf den Weg. Danke. Ja, haha. Ach, come on. Ich war so froh, dass der Blume weg ist und dann... Blöds. Naja, wenigstens nicht 2 in 1 vergeben. Nein! Och, komm, ich dachte, ich könnte ihn noch durch das Spirma. Wow. Oh. Ey, diese Mario. Nein! Ich bin seit Rotte bei meiner Strecke. Gott. Fahr. Und beschleunigst du nur die Hälfte, aber trotzdem wirst du schneller gehen. Habe ich das richtig gesehen? Bum-Morings haben sich gegenseitig zerstört. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Goldpilz. Aber wann soll ich ihn einsetzen? Einsetzen? Noch nicht, jetzt ist es zu früh. Okay, jetzt. Uuuuuh. Komm schon. Nein, Chrissi. What the? Fünfter nur. Alter, Chrissy! Das war fiese Green Jets. Du willst unbedingt noch so richtig Vorabstand haben, oder? Ich glaube, dass ich da, wenn ich von 15 vielleicht da reingekommen bin, ist auf 13. Naja. Du warst einmal Sechster, jetzt bin ich einmal Fünfter. Wo ich weiter Erste war. Tja. Und... Machen wir wieder, Wipfelberg. Joshi, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du willst doch bitte Käselad machen? Wie erst kommt es. Wo ist mein Wasser? Gib mir irgendwas zu trinken, um mich zu beruhigen. Ich muss einfach ein Glas holen. Du schlingeliger Joshi! Du schlingeliger Joshi! Du schlingeliger Joshi! Jetzt höre ich doch einen Hellblau. Wie wird die Farbe wie Skidgill-Frost? Ja. Dann kann man nicht so viel hast. Ich hab' ihn getroffen. Boah. Ich hasse Käselad. Ich glaube, der hat es wahrscheinlich geahnt, dass das... Ich hab's gefehlt, der... Ich glaube, der hatte manchmal nicht gesehen. Das passt. Ich weiß wahrscheinlich, dass ich die Schrecke nicht so gern mag. Ich hab's gefehlt. Ach der, ja. Ach so. So. Schwer. So. Wow. Also hab ich da dreifach sein... Boah, dieser blöde Hügel. Boah. Ey, geh mal weg von mir. Ja, aus den hinteren Plätzen. Nein! Oh Gott! Nein! Alter! Hallo? Geh' ruhig, Frau Krissi. Als ob, Yoshi. Als ob du ihn auch geben musst. Nein! Lol. Ich hab' ihn wirklich so... Ich hab' ihn wirklich da reingelenkt. Wie geil geht das nicht? Ich hab' ihn wirklich so... Und davon kommst du, wenn du diese Schrecke auswählst. Dafür musst du ihren Preis bezahlen. Alter. Nein! Nein! Jetzt kommt noch ein drittes. Okay, doch nicht. Natürlich, 3er Pilze hinter mir. Okay. Der ist ja schon abgegeben, den 3er Pilz. Da kommt gleich ein Feuerblume. Ich muss hoffen, dass meine Einheitstücke gewinnt hat. Als Block da ist. Komm schon! Neue Seite macht dann. Jawoll! Oh, Pflanze! Und! Ziel! Boah! Alter, dieser Items-Chaos! Und fertig! Yo, Yoshi! Du schlägst dich eigentlich recht gut bei 200 CSM! Respekt! 65! Du hast bestimmt bei einem oder anderen schon die 3 Stunden geschafft! Das kann ich dir jetzt schon anhand deiner Punkte schon mindestens ausgehen! Oder rausraten! Regenburgen Boulevard! Regenburgen Boulevard! Das kann auch so wunderschön sein! Das kann auch so wunderschön sein! Ja! Komm schon! Ich bin bereit! Komm schon! Ich bin bereit! Ich finde es schade! Das sind jetzt wirklich nur 3 Leute jetzt insgesamt hier mit mir! Hm, da muss ich irgendwie meine Bereichwelle verbessern! Da muss ich einfach vielleicht mehr auf die Zeit achten! Wo es am besten ist! Ich glaube, ich werde es im nächsten Part besprechen! Und damit könnt ihr auch eine kleine Folge dann noch sagen! In den Kommentaren schreiben, wie ihr das nächste Mal funktioniert! Ich werde es so machen, dass es so monatlich immer einmal kommt! Ah! Da muss es aber sein! Wie gesagt, ich habe 6 auf... Ah ja! Der ist es noch mal! Bei Auflemmen, wo du 6 auf Herbst gecheatet! Weil ich habe ja auf jeden Tag von jemandem erfahren, wie das geht! Und deswegen hoffe ich, dass ich... Deswegen mag ich die... Deswegen mag ich die dann ein bisschen im Herbst! Aber das mag ich nicht so! Warte! Nein! Komm, was ja... Wow! Komm schon! Ein bisschen in der Münzen! Nein! Die Zerni! Wow, wie heißen diese Münzen hier eigentlich? Wow! Ach komm, ich habe die Orange nicht gesehen! Bei dem Fils abgürtet! Wow! Ein bisschen Erfolg gefahren! Kann man ja machen! Kann man ja auch machen! Kann man ja auch machen! Kann man ja auch machen! Dann habe ich jetzt was gelernt! Wenn man über diese Zöne geht, wird man trotzdem nicht rausgerufen! Das ist interessant! Und natürlich kein Eiter! Ach, zumindest hat der Yoshi mir auch kein Eiter! Wow! Du machst dich echt wohl! Nein! Banane! Nein! Banane! Yes! Ich habe nicht mehr... Wow! Drei Bananenreihe! Nein! Du musst sie ja treffen! Pfff! Die Punktzahl hier ist ganz schön hoch! Boah! Da bin ich ja schon schockiert über diese Punktzahl! Komm! Das war 160 M, es würde ja auch die Strecke perfekt passen! Pff! 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 Das macht mich schon was zu verschaffen! Diesen Marvel-8-Turnier! Und was kommt? Jawoll! F-Zero! So muss es sein! Ich bin gespannt, wie es jetzt weiter aussieht! Ich versuche mal auch ein paar bessere Gewöne zu machen! Wow! Komm schon! Wow! Dieser Yoshi ist schon auch ein ganz krasser! Wow! Wow! Warte! Was zum Teuf war das denn? Was soll das sein? Wir treten jetzt einen Fetscher rein! Komm! Gib mir lieber ein bisschen hin! Ach mit! Okay! Nein! Hä? Ich bin buchstäblich nur da mit dem Kopf geknallt! Pff! Du Wario! Du wolltest unbedingt! Komm schon! Wow! Das ist Trich! Ich tue noch mal mit dem! Kann man merken, dass ich habe ein Geschenk für dich! Voll am lieben Kollegen! Das bekommst du ganz frisch! Per Express-Lieferung! Und Pilze! Der hat 3 Pilze als du willst! Komm schon! Fremsen! 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 Jetzt! Rein! Nein! Yo! Ja! Einfach mal so komplett drüber springen! Nein! Wow! Da habe ich schon Glück gehabt, dass er schon einen Weltkrieg schon geschossen hat! Sonst wäre ich ein bisschen... Am Arsch gewesen! Um das direkt zu sagen! So! Komm schon weiter geht's! Schneller! Nein! Meine Pilze! Nein! Mensch! Als ob du es getimed hast, Yoshi! Als ob du es getimed hast! Komm schon! Ah ne, ich kann doch nicht darüber fliegen! Komm schon! Wow! Wow! Komm schon! Yo! Christy holt noch wirklich! Da gibt jetzt noch einen Platz rein! So! Jetzt habe ich dich, Christy! Puh! Alter! Das geht hier schon krass ab! Da-da-da-da-da-da-da-da! So! Noch ein Rennen! Dann wird dieser Part beendet sein! Und ich werde dann die zweite Aufnahme dann auch gleichzeitig beginnen! Ja! Alles klar! War auch ein schönes Spiel! Yoshi! Und was kommt? Yoshi! 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 Deine Strecke wurde ausgewählt! Yoshi! 87! Wow! 106, 108! Wir gehen ganz schön ab! Gut, dass ich dann auch diese Partie noch geändert habe! Weil sonst wäre es wahrscheinlich immer gar keine Gegner mehr! Gut, dass ich das noch innerlich geändert habe! Falls ich irgendwann wirklich mal so... Das wird mich mal so wieder erst werden! Dass ich dann das so einstellen kann! Aber ich wollte unbedingt, dass es mein erstes unbedingt 200er sein soll! Vielleicht wird dann nächste Runde 50 sein! Das weiß ich noch nicht! Oder auch 200! Komm schon! Jetzt kann ich perfekt da oben! So abkiffen! Ohne Pils! So geht das perfekt bei 200! Hui! Wow! Ich habe dich gerammt und trotzdem... Das war wieder über das Synchron! Dann haben wir diese Synchronität! Komm schon! Komm schon! Fünfte! Yo! Als ob der ein Pils hat oder was! Komm her Chrissy! Boah! Es kann meinen Stoff nicht! Boah! Gut, dass ich das gesehen habe auf der Map! Ich hätte es zu spät gemerkt! Ja! Drei Pils! Nice! Nein! Du blöde Mario! Hör mal zu Blitz! Dieser Bot war unfair! Aber wirklich unfair! Aber wirklich unfair! Wow! Komm schon! Bisschen mehr Abstand! Hier ist nochmal die Subkitzung! Hui! Alter! Komm schon! Schneller! Wow! Obwohl du dich doch egal ausgehört hast, du bist du ganz schön in dem mittleren Bereich eher! Hm! Schade! Ja! Auf dem vierten bekommt ein Bot noch einen Kugel-Weli und der dritte Bot, der jetzt vierte wurde, bekommt einen Stern! Und dann! Die mit der Jet! Tim's here! Wow! 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 Da würde ich jetzt den Part beenden und wir sehen uns bei den weiteren Strecken! Es war halt euer Endsemiten in der Untertisch Gamer! Bis später! Zu diesem Turnier! Bis später!